Tagesdosis Klimabetrug Gerichtsurteil stürzt CO2-Papst vom Thron Ein Kommentar von Rainer Rupp Für den weltberühmten US-Klimaforscher Prof. Michael Mann stellt das vor wenigen Tagen erfolgte Urteil einen tiefen Fall dar. Unter den Anhängern der CO2-Glaubensgemeinschaft war er bisher der unbestrittene Wissenschaftsguru. Mann war mit Sicherheit der Goliath unter den CO2-Wissenschaftlern, wenn man das, was er gemacht hat, überhaupt Wissenschaft nennen kann. Im Jahr 2001 war Manns Hockey-Schläger-Diagramm aus seiner Studie von 1998 prominent im dritten Bewertungsbericht des bei der UNO angesiedelten sogenannten Weltklimarates IPCC vorgestellt worden. In dem IPCC-Bericht waren Manns Forschungsergebnisse, die man angesichts des aktuellen Gerichtsurteils gegen ihn nur noch in Anführungszeichen setzen kann, als wegweisend aufgenommen worden. Wenig später wurden sie vom IPCC auf das Podest der unumstößlichen Wahrheit gehoben und von der CO2-Glaubensgemeinschaft ähnlich aufgenommen wie ein Ex-Kathedra-Urteil des Papstes von tiefreligiösen Katholiken. Zugleich wurden sie zur Grundlage für sämtliche Folgearbeiten des IPCC. Das Fundament dieser unumstößlichen Wahrheit ist nun durch das Urteil des obersten Gerichtshofes der westkanadischen Provinz British Columbia gegen Professor Mann zutiefst erschüttert worden. Um die Bedeutung dieses Urteils besser einzuschätzen, bedarf es etwas mehr Hintergrund zum Thema. Wann immer die Anhänger der Lehre vom menschengemachten CO2 als alleiniger Verursacher der Erderwärmung in einer Diskussion in Argumentationsnot geraten, flüchten sie sich in den wissenschaftlichen Konsens, der in dieser Frage angeblich herrscht. Diese Behauptung stimmt zwar nicht, weil auch dieser Konsens nur das Ergebnis von inzwischen belegten statistischen Manipulationen ist, aber die eigentliche Kritik muss sich hier gegen die totale Unwissenschaftlichkeit einer solchen Behauptung richten. Denn Wissenschaft ist keine Sache des Konsenses. Ein wissenschaftlich korrekter Schluss liegt nur dann vor, wenn unter denselben Bedingungen jederzeit von anderen Forschern vor der Öffentlichkeit identische Ergebnisse reproduziert werden können. Das hatte Einstein mal so erklärt, wenn tausende Wissenschaftler von dem Ergebnis X überzeugt sind, aber auch nur einer unter den oben genannten Bedingungen den Nachweis führt, dass X falsch ist, dann haben sich alle anderen geirrt. Wissenschaftlich korrekte Ergebnisse sind also keine Frage des Konsenses oder demokratischer Abstimmungen. Bei letzterem allerdings sind, je nach klimapolitischer Ausrichtung, 2 plus 2 nur selten 4, sondern immer öfter 3 oder 5. Ungeachtet der Tatsache, dass Wissenschaft vom Zweifel lebt, dass ohne Kritik und Widerspruch Fortschritt überhaupt nicht möglich ist, war der Weltklimarat IPCC nach 2001 nicht mehr an weiteren Forschungen über andere mögliche Gründe für den Klimawandel interessiert. Die Lösung dafür hatte schließlich Professor Mann und einige Gleichgesinnte mit der CO2-Antwort bereits geliefert. Und diese Lösung hieß, dass der vom Menschen gemachte Anteil am CO2-Gehalt in der Luft an allem schuld ist. Dabei beträgt der CO2-Anteil in der Luft etwa 0,04% und das vom Menschen gemachte CO2 ist gerade mal 0,038% der gesamten CO2. Das heißt, in 10.000 Einheiten Luft gibt es gerade mal 15 Einheiten vom Menschen gemachtes CO2 und wenn der Anteil nun auf das Doppelte, also etwa 30 Zehntausendstel, ansteigen würde, dann wäre es laut der CO2-Weltuntergangspropheten das absolute Desaster. Nachdem der Weltklimarat 2001 diese unverrückbare Wahrheit etabliert hatte, hat er sich seither nur noch mit Umweltstudien beschäftigt, zum Beispiel welche soziologischen oder wirtschaftlichen Wirkungen die angeblich vom Menschen gemachte Klimaerwärmung auf bestimmte Regionen in unterschiedlichen Ländern der Welt haben könnte. Übrigens, die Vorsitzenden des Weltklimarates waren bisher stets Ökonomen und nicht Naturwissenschaftler. Das könnte mit erklären, warum eine nach allen Richtungen offene Klimaforschung im eigentlichen Sinne des Wortes vom IPCC seit 2001 nicht mehr betrieben wird. Umso mehr wuchs unter Klimaexperten die massive Kritik an Professor Manns CO2-Hockeyschläger und an der Politik des IPCC. In den etablierten Medien erfuhr man davon aber nichts, denn die Kritiker fanden weder unter Politikern noch in der Bevölkerung Gehör. Vor allem die Masse der einfachen Menschen soll weiterhin mit CO2-Weltuntergangsszenarien für mehr finanzielle Opfer in Form von Abgaben und Steuern weichgeklopft werden. So wurde der Glauben an die vom Menschen gemachte katastrophale Erderwärmung zur weithin akzeptierten Tatsache. All das könnte sich mit dem Urteil des kanadischen Gerichtes ändern. Aber worum geht es da eigentlich? Es fing mit einer recht harmlosen Klage wegen Beleidigung und übler Nachrede an, allerdings mit einem Streitwert von mehreren Millionen Dollar. Kläger war der weltberühmte Erfinder des Hockeyschläger-Diagramms Professor Mann von der staatlichen Kent State University und der Beklagte war der international bekannte Klimaforscher Dr. Tim Ball, vormals Professor am Geography Department der Universität Winnipeg und weltbekannter Kritiker des Hockeyschlägers. Die Klage geht auf den 25. März 2011 zurück. Über einige juristische Zwischenstationen ist sie schließlich beim obersten Gerichtshof gelandet. Anlass war ein Interview, das Professor Ball einem kanadischen Magazin gegeben hatte. Aus der Anklageschrift geht hervor, dass Dr. Ball in einem Interview zum Climategate-Skandal von 2009 die angebliche Beleidigung ausgesprochen habe. Mit Climategate sind die damals gehackten E-Mails der führenden Klimaforscher gemeint, aus denen hervorging, wie sich die beim IPCC einflussreichsten Wissenschaftler untereinander darüber abstimmten, mit welchen statistischen Anpassungen, mit welchen speziell getrimmten Computermodellen und welchen anderen Tricks die Daten manipuliert werden sollen, um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen. Aus manchen Mails geht sogar hervor, wie verzweifelt Forscher waren, wenn die tatsächlich gemessenen, rohen Klimawerte sich einfach nicht in das vorherbestimmte Ergebnis einfügen ließen. Aus anderen E-Mails wurde deutlich, wie sie sich absprachen, auf keinen Fall ihre Berechnungsmethoden und ihre rohen Daten zu veröffentlichen. Und ein weiterer Blog von E-Mails zeigte, mit welchen Methoden sie systematisch auf Medien und vor allem auf wissenschaftliche Zeitschriften eingewirkt haben, nur ja keinen CO2-kritischen Wissenschaftlern eine Plattform für ihre Sicht der Dinge zu geben, weil zur Widerhandlung würde niemand aus dem Kreis der Erleuchteten, nämlich der IPCC-akkreditierten CO2-Wissenschaftler, diesen Medien für weitere Interviews zur Verfügung stehen. Bereits im Jahr 2003 hatte eine Studie der Kanadischen University of Gulf in Ontario gezeigt, dass das Hockeyschlägerdiagramm von Professor Mann, Zitat, in erster Linie ein Artefakt des schlechten Datenhandlings, veralteter Daten und falscher Berechnung der Hauptkomponenten ist. Zitat Ende. Nach der Fehlerberichtigung und unter Verwendung aktuellerer Daten ergab sich dann ein ganz anderes Bild für den Durchschnittstemperaturindex der nördlichen Hemisphäre, speziell für den Zeitraum von 1400 bis 1980. Das wichtigste Ergebnis der Studie war, dass der Hockeyschläger von Professor Mann verschwand. Denn die kleine Eiszeit in der nördlichen Hemisphäre, die vom 12. bis Anfang des 18. Jahrhunderts dauerte, wurde im frühen 15. Jahrhundert von einer Wärmephase unterbrochen. In dieser Periode lagen die Hitzewerte weit über den Ergebnissen des 20. Jahrhunderts. Und das geschah alles ohne vom Menschen gemachtes CO2. Was sich damals nach Bekanntwerden der E-Mails und ihrer Echtheitsverifizierung als Riesenskandal abzeichnete, wurde von den Medien in relativ kurzer Zeit im Gedächtnisloch entsorgt. Zu groß und finanziell lukrativ war schon damals der Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten. Zu vielversprechend waren die Aussicht auf einen neuen, wirtschaftlichen Aufschwung aus der Krise mithilfe eines CO2-getriebenen Investitionsbooms zur Anpassung der volkswirtschaftlichen Struktur und der verkehrstechnischen Umrüstung. Zu einflussreich in Politik und Medien war bereits die Lobby all jener, die von dieser Entwicklung profitieren würden. So kam es dann auch bei den offiziellen, staatlich eingesetzten Untersuchungskommissionen in den USA und Großbritannien, wo die Hauptübeltäter saßen, inklusive Professor Mann, so wie es kommen musste. Wie in den meisten politisch hochbrisanten Fällen üblich, wurde mithilfe der personellen Zusammensetzung der Untersuchungskommissionen dafür gesorgt, dass die Termine verschleppt, Sachverhalte vor der Öffentlichkeit vertuscht und schließlich die ganze Sache eingestellt wurde. Hier bewahrheitete sich wieder der Satz, willst du einen Skandal erfolgreich unter den Teppich kehren, dann gründe eine Untersuchungskommission. Auch an Professor Manns eigener Pennsylvania State University hatte infolge von Climategate eine oberflächliche akademische Untersuchung stattgefunden. Wie zu erwarten, hat die Universität dann am 3. Februar 2010 ihren Klimaprofessor und Weltstar von allen Verfehlungen freigesprochen. Als Meister der politischen Manipulation behauptete Professor Mann dann auch noch, fälschlicherweise, Die Nationale Akademie der Wissenschaften, NAS, habe bei seiner Arbeit nichts Ungewöhnliches gefunden. Zitat Die Nationale Akademie der Wissenschaften bestätigte meine Forschungsergebnisse in einer umfassenden, unabhängigen Übersicht, die im Juni 2006 veröffentlicht wurde. Zitat Ende Der NAS-Bericht hat nichts dergleichen getan und tatsächlich alle wesentlichen Kritikpunkte einer anderen Gruppe von Hockeyschläger-Kritikern, McIntire und McKittrick und der Wegmann-Bericht, bestätigt. So gab die NAS unter anderem an, dass die Unsicherheiten in den Daten durch die Hockeyschläger-Methode systematisch unterschätzt wurden. Aber nun zurück zur Anklageschrift gegen Dr. Ball. Demnach wurde ihm im Interview folgende Frage gestellt. Zitat Verschiedene Regierungen und akademische Behörden haben den Climate-Gate-Skandal bisher weiß gewaschen. Glauben Sie, dass noch irgendjemand wegen Betrugs strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird? Zitat Ende Darauf folgte Dr. Balls Antwort mit der Passage, die seinen Widersacher Dr. Mann dazu veranlasste, Anzeige zu erstatten. Zitat Unter den Generalstaatsanwälten der US-Bundesstaaten gibt es Bewegung, um die Strafverfolgung in Gang zu bringen. Zum Beispiel Michael Mann vom Penn State University sollte im State Penn im Staatsgefängnis sitzen und nicht in der Penn State Uni. Auch in England gibt es Untersuchungen, die durch drei Dinge ausgelöst wurden. Erstens die Informationen, die diese E-Mails enthielten. Zweitens die Vertuschung des Skandals durch die sogenannten Untersuchungskommissionen. Drittens das komplette Versagen des britischen Wetteramts, weil die Leute dort mit den Leuten, woher die E-Mails stammen, eng zusammengearbeitet haben. Diese drei Sachen beschäftigen derzeit, 2011, die Politiker. Wir werden noch viel mehr Untersuchungen sehen. Zitat Ende Mit seiner letzten Feststellung war Dr. Ball allerdings viel zu optimistisch, denn die Politiker haben ebenso wie die Medien Climate-Gate schnellstmöglich begraben. Letztendlich hat sich Dr. Mann mit dem von ihm selbst angeregten Gerichtsprozess selbst zum Krüppel geschossen. Offensichtlich hatte er aufgrund seiner Erfahrungen im IPCC zu sehr darauf vertraut, dass das Wort des weltberühmten Wissenschaftlers, des Erfinders des CO2-Hockeyschlägers, für bare Münze gehalten wird und dass er dafür keine Beweise vorlegen muss. Das funktionierte zwar in der Politik und in seiner CO2-Glaubensgemeinde, aber nicht vor dem obersten Gericht in British Columbia. Er wurde aufgefordert, seine rohen, unbehandelten Klimamessdaten vorzulegen, seine Methoden zur Datenanpassung aufzudecken, die handgefertigten Computerprogramme für die CO2-Modellierung transparent zu machen etc. pp. Kurz, er wurde vom Gericht dazu aufgefordert, das wissenschaftliche Vorgehen bei seiner Arbeit zu belegen. Und das hat er nicht getan. Dr. Mann schlug alle Ermahnungen des Gerichts in den Wind und weigerte sich bis zuletzt zu belegen, dass er wissenschaftlich gearbeitet hat. Für das Gericht gab es keinen einleuchtenden Grund dafür, denn unter Wissenschaftlern ist es die natürlichste Sache der Welt, die rohen Daten und die Arbeitsmethoden mit anderen Kollegen zu teilen, wenn man nicht gerade an einer Patententwicklung arbeitet. Aber auch das konnte Dr. Mann unmöglich geltend machen, da es sowas in der Klimawissenschaft noch nicht gibt. Obwohl ihm schließlich klar war, dass seine Weigerung, seine Daten und Methoden herauszugeben, dem angeklagten Dr. Ball recht geben würde und dass dies ihn selbst Millionen Dollar kosten würde, zog er es vor, die finanziellen Kosten auf sich zu nehmen. Dr. Manns Totalverweigerung ließ auch für das Gericht nur den Schluss zu, dass die Hockeyschläger Daten manipuliert und gefälscht sind. Denn wenn Dr. Mann sie herausgerückt hätte, wäre das der materielle Beweis für kriminellen Betrug gewesen und wegen der gigantischen Höhe des so angerichteten Schadens, wäre er womöglich bis zu seinem Lebensende von der Penn State University in den State Penn gewandert. Da zahlte er doch lieber ein paar Millionen Dollar für alle Gerichtskosten sowie die Kosten von Dr. Ball und blieb dafür in Freiheit. Zumindest vorerst. Da dieses Urteil lediglich in einem Zivilprozess erfolgt ist, ist nun zu hoffen, dass endlich nach all den Jahren ein Kriminalprozess folgt, nicht nur gegen Dr. Mann, sondern auch gegen seine Komplizen. Da sie den kriminellen Klima betrug, der mit gigantischen Kosten für die Wirtschaft und Gesellschaft einhergeht, bis heute fortgeführt haben, stehen die Chancen gut, dass eine Verjährung nicht eingetreten ist. So besteht die berechtigte Hoffnung, dass unter den veränderten politischen Bedingungen wenigstens in den USA die Beteiligten an dieser betrügerischen Klimaverschwörung sich doch noch vor einem Kriminalgericht verantworten müssen. Vor allem Donald Trump hat noch eine Rechnung mit Professor Manoffen. Der hatte nach seiner Wahl zur Rebellion gegen den neuen US-Präsidenten aufgerufen. Mit dem Einzug Trumps ins Weiße Haus seien die USA, Zitat, ganz und gar ins Irrenhaus eingezogen, in dem der Präsident haarsträubende Attacken gegen die Wissenschaft reitet. Zitat Ende. Inzwischen gibt es bereits Anzeichen, dass Präsident Trump eine kriminelle Untersuchung gegen den nicht länger weltweit führenden Wissenschaftler des Klimawandels einleiten will. In der Tat haben sich nicht nur die Mainstream-Medien, sondern viele hunderte nachfolgende Klimastudien auf Manns Ergebnisse blind verlassen. Der Ruf von Mann war derart, dass die meisten Klimaforscher nur seine und keine andere Grafik akzeptierten, ein typisches Beispiel für das Gruppendenken, Groupthink, beziehungsweise für den oft zitierten Klimakonsens. Dr. Ball warnt seit langen Jahren davor, dass, wenn die Welt hinter die Geheimnistuerei von Professor Mann und seinen Komplizen schauen dürfte, sie schockiert sein würde, wie korrupt und eigennützig diese Wissenschaftler sind, die an der Spitze der Fake-Kampagne von der menschengemachten globalen Erwärmung stehen.